Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video und Leute, jetzt sind wir auch wieder am Start mit einer wunderbaren Spotify-Reactions zu den Vollversionen von Ju und seiner Crew, Leute. Ihr wisst, wir schauen uns alle Songs an, die auf Spotify hochgeladen werden, auch so wie diesen hier. Wir haben ein bisschen was, was wir nachholen müssen und zwar Nihao Motherfuckl, Leute, ja. Auch hier wieder ein wunderbares Gesicht von John. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass John jetzt Vollzeitmitglied ist. Ich bin richtig froh, dass John jetzt Vollzeitmitglied ist. Er ergänzt das Team so unglaublich gut und ja, ich bin jetzt gespannt, Leute, auf die Vollversion. Natürlich, natürlich, Leute, werden wir auch noch alles andere, was wir bis jetzt noch nicht gehört haben, nachholen, sodass wir wirklich alle Vollversionen haben. Und ich werde mal sehen, ich werde auf jeden Fall eine Playlist machen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier oben im i und auch in der Videobeschreibung eine Playlist verlinkt haben, wo ihr dann auch ganz easy den Zugriff auf alle weiteren, die noch kommen werden, aber die bis jetzt auch bei mir auf den Channel gekommen sind, verlinkt haben werdet, sodass ihr euch ganz easy alle anhören könnt und alle reinziehen könnt, Freunde, ja. Gut, jetzt erstmal Nihao Motherfuckl. Ich freue mich sehr darauf, Leute. Julian Bamfied, John Kim und Vincent Lee. Let's do this. Uh. Uh. Ich schmecke schon die Asia-Sauce, Leute. Und ich mach dein Zozo-Kutschi, sogar Kollektion von heut. Uh. Stroh-Kutschi? Ja, moin. Fake ist zwar günstig, aber am Ende du belohst. Doch bevor ich erstmal losleg, wie sieht mir Bezahlung aus? Willst du meine AirPods haben, Bruder? Such dir halt was aus. Oder mein iPhone-3 oder den AyoHawk in weiß. Meinen WoW-Account mit Paladin auf Stufe 3. Diese ganze... Aber guter Flow und schöne Reime. AirPods in weiß. iPhone-3, Paladin. Na gut, iPhone-3 und dann nochmal Paladin auf Stufe 3. Zweimal auf 3 gereimt. Aber ansonsten der Flow war gut. Der Flow war wirklich gut, muss man sagen. Hier ist wieder so ein bisschen, wo man mehr auf den Text achten kann. Schön. Bis jetzt echt schön. Schöner Flow auf jeden Fall von Ju. Den AyoHawk in weiß. Meinen WoW-Account mit Paladin auf Stufe 3. Diese ganze Klampe ist mir doch egal. Der Preis wird nicht billig, aber keine hohe Zahl. Denn dein Kind... Der Preis wird nicht billig, aber keine hohe Zahl. Das ist wirklich schön, Mann. Das ist ein schöner Sprach. Du will ich haben, du haben keine Wahl. Mein Ball kannst du haben, ist im Märchenwald normal. Denn ich brauch Gucci-Shirts. So wie Kapital. DeLon, du das Kind behalten, ehrlich zu meinen ganzen Namen. Heute glill ich morgen chillig. Übermorgen hol ich mir das Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Dass ich Lumpelstichel heiße. Boah, ich liebe, dass wie er Lumpelstichel sagt, Alter. Dafür bin ich gekommen, Leute. ...weiß, dass ich Lumpelstichel heiße. Heute glill ich morgen chillig. Übermorgen hol ich mir das Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Dass ich Lumpelstichel heiße. Oh, Kind schon habe? Neun Monate schon rum. Ja, es heißt Börek. Sehr lieb, nur ein bisschen dumm. Oh, ich finde diese Synchronsprecher, diese dumme Synchronsprecherstimme von Ju, dieses... Ja, ist schon wirklich, aber schon sehr dumm. Ich liebe das, Mann. Ich liebe das. Habe neun Monate schon rum. Ja, es heißt Börek. Sehr lieb, nur ein bisschen dumm. Sehr schöner Name, aber sehr hässlich Kind. True. Doch ich jetzt mitnehmen und es erfällt schwind. Halt, stopp, jetzt rede ich. Dieses Kind kriegst du nicht. Ich kenne deinen Namen. Verpiss dich, du Wicht. Ich mag den Flow hier von Ju. Das ist so ein schöner Cleaner Flow mit einer schönen, cleanen Aussprache. Kriegt einen Daumen hoch für mich. Du heißt nicht Ling. Du heißt nicht Lai. Ah. Ich weiß, dass du Lumpelstilzchen heißt. Heute glil ich morgen chill ich. Übermorgen hol ich mir das Kiel. Leute, ab morgen, ja, die ganzen Rap-Lieder von Capital und so laufen in Shisha-Bars ab morgen in jedem Asia-Restaurant. Ich sag's euch vor allem. Geht zum Chinesen um die Ecke. Geht zum Chinesen um die Ecke eures Vertrauens. Sushi, all you can eat, 13,90 Euro. Der Song wird mit serviert. Ah, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Lumpelstilzchen heiße. Heute glil ich morgen chill ich. Übermorgen hol ich mir das Kiel. Ah, wie gut. Die Gucci, Gucci Ad-Labs, Alter. Hui, Hui. Da wurde ein bisschen, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Gucci-Gewürz rübergesträufelt, Alter. Du, dass niemand weiß, dass ich Lumpelstilzchen heiße. Du heißt doch Lumpelstilzchen. Nein, ich heiß Lumpelstilzchen. 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 Lumpel, 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 Lumpel. Nein, so falsch gesagt, ich nehme mit ein Kiel. Schönes Ende, Leute. Schönes Ende. Uh, Leute, schönes Ende, Alter. Leider wieder ein sehr kurzes Video, sehe ich gerade. Aber sorry, Leute, die Spotify-Song-Reactions sind sehr kurz, ich weiß. Aber dafür haben wir noch sehr viel nachzuholen, da ist es ganz cool, mal so kleine Videos rein streuseln zu können, Leute. Apropos Empfehlung des Tages, Empfehlung des Tages, Leute. Letztes Mal war es gerade nicht, dieses Mal streuseln. Streusel, Leute. Real Talk streuseln. Holt euch ein Muffin, streuseln rauf. Kuchen, streuseln rauf. Eis, streuseln rauf. Gebäck, streuseln rauf. Alles wird besser mit streuseln, Leute. Vertraut mir. Außer ganz viele andere Sachen. Aber manche Sachen werden gut mit streuseln. Kauft mal Streusel. Immer Streusel da haben, kann ihnen schaden, Leute. Kann ihnen schaden, gerne auch. Empfehlung. Kakao. Marshmallow. Sahne. Und dann Streusel. Und noch ein Keks rein, oder manchmal auch. Statt ein Keks, ein Duplo, ein Bueno rein, ein Kinderriegel rein. Lecker. Schmackofatz. Und dann schön schlürfen. Und nebenbei mal was zum Mampfen, Alter. Und noch Streusel, den Crisp. Hinten, da schwirrt man den Crisp von den Streuseln drin. Mega, Alter. Empfehlung geht raus, Freunde. Macht's gerne nach. Schickt mir ein Bild auf Instagram. Ich werde's in meine Story packen, wenn ihr das macht. Danke sehr. Gut, Freunde. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Link zum Spotify-Track ist ganz oben in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder mit den nächsten Spotify-Song-Reactions. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh so wie immer. Und ciao. Ciao.